Und herzlich willkommen zurück bei ATEMC. Heute zeichnen wir wieder eine Runde in Meinschaft mit dem Gaby Basti, der jetzt schon jammer rumbrüllen ist. Und als Idee hatte ich... Genau, die Idee kann ich euch gleich verzeigen. Ich habe hier einen Schwindel in den Holzfühler reingetraut gehabt. Und ich mach mal eben den Runde runter. Oh, aber mir klingt so wie gescheitert. Sorry. Ja, das war ein Trecker, wenn jemand an der Straße langfährt. Luschelt es manchmal übel. Also so kommt hier. So, so muss man... Dann kann der Nähe, wo Lava ist. Das heißt, dass da meistens Lava ist, auf Diamanten sind. Auf welcher Höhe bist du? Guck mal, unter F3-Klanzstück... Ja, das zeigt mir nicht an. Hab das schon bei dir gesehen, das zeigt bei mir nicht an. Das ist eine Ahnung, so muss man manchmal vielleicht mal installieren. Werde generell mal zu empfehlen und dann... Du hast eben auch die Join-Probleme. Ach, nur und du sollst mal Java-Update und das wäre klug, weil dann kommt nur einige Problem auch mal weg zu sein. Das kann ich ja aber nach mal erklären. Ja, auch, ja. Immer alles nachher, okay? Genau, und ich hatte vor, vielleicht heute... Also, PvP wollte ich jetzt auf und verrufen. Denn wir haben gerade Freitag... Ja, weiter. Und heute sind 0 Uhr und PvP kommen. Und um zwei Uhr, dann bin ich schon. Ja, ich nehme doch auch in meinem Forum, was auch. Weißt du doch, ey... So, er kommt raus. Ja. So, ich nehme mal nur auf. Ja. Na, ne. Na, und ich wollte ihn nachher in eine Farm bauen, aber ich mach jetzt verendet mich. Ja, dann komm mal hoch. Ja, gleich. So. 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 So, das kann ich mich auf der Karte grad sehen. Also, ich? Ne, mich. Weil dann, ich kann ja, ich beuge grad nicht über dem Boden, ja und jetzt sehe ich ganz genau, wie weit ich bin. So, dass uns schuldig ist, dass das gar zwischen sich leicht leckt. Warum? Keine Ahnung, ich muss dir mal nachgucken. Kann sein, dass der PC gerade leicht verhitzt. Ist klar, wenn der schon wieder zwei Stunden läuft. Äh... Zwei Stunden? Dann war es noch nicht mehr on. Doch. Vor zwei Stunden war ich schon on. Wie viele Stunden hattest du heute? Ich hatte bis 12.45 Uhr. 12.30 Uhr kam eine Folge. Hast du das gar nicht mitbekommen? Äh, doch. Also, 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 die Folge kam auf die Schuhe. Und wann... Ja, und... Ja, und ich hab' ja auch noch mal steigend gemacht. Ich kann ja nicht mal nach... Ja, gut, ich kann ja nicht mal nachgucken, weil ich nicht PC gestartet habe. Nachher runter. So, was, ich komm' grad nach oben. Ach, da hast du die Farben gebaut. Ja, das ist aber noch nicht alles fertig. Das ist jetzt nur erstmal vorübergehend, bis wir das Haus fertig haben. Ja, dann, wenn du... Ja, ich hab' ja auch noch. Ja, ich bin so für den Notfall, wenn so... Ja, ich bin so für den Notfall, wenn so Rats so ohne die Orts kommt. Ach, genau, ich guck mal eben, warum ich letzt... Ich bin sofort zu... Und weiter geht's. Boah, jetzt ist der PC mir zu weit... Also der Bildschirm mir zu weit weg wieder. was ich glaube jetzt was steht das neue Karten und Raum aus okay so kann ich jetzt erst mal zwei glaube ich so kann ich jetzt er wird und jetzt kommt noch mal unten also bringen richtig viele Steine bitte mit ja und dann packen die Mord genau und gut schon gesagt ich soll in den Höhlenfackeln setzen werde ich natürlich nicht mehr so klar über den letzten Jahren wo ich nicht ja ich sag das mit 6 Jahren mit die übernacht das ist immer noch der nachhaltig da auch so weiter um uns in der Krüger nun haben das ist ich will nicht richtig schön und dies nicht auch von mir ab und ab und ab und ich hatte es war vorhin noch 30 Lernen also gestern wie sich gestorben wird aus dem Sinn ich hab jetzt gerade zwölf das ist mein Leben schon wieder st genau nicht einfach kürzüten ok er hat so warum also noch keine kürzüten weil ich in gar nicht mit fleisch und sie brauchen erst haben st in kreis heißt er ist ein Stück st schluss ich wollte ja mal den ganzen Berg da ich glaube den ganzen Berg zwar noch nicht aber ich bin wie sieht denn nicht aus aus der Ausdruck ich bin ich jetzt weiter wenn die Erkrankung auch einschränkt die sie sind die Erkrankung die Erkrankung das Land der Heuskrankung oder Fakkel allgemein und die müssen wir nun auskommen ich habe keine Ahnung, wie du bist. Einfach traurig runter und runter und runter. Ich muss bei mir oben in der Kiste gucken. Da ist ein Knaufachfach, weil ich habe nicht gerade keinen Sinn. Ohne reflektiert das. Unser Mathelehrer hat mein Bruder wohl geschnauzert, das überhaupt nichts zu machen. Dann habe ich meine Aufgabe falsch gemacht. Dann löte uns voll, weil wir eigentlich mal so schnell fertig sind. Und dann sind alle falsche Löte uns voll und man brudet uns überhaupt machen soll. Ich gehe da aber nicht. Also jetzt nicht, warum ich nicht in die Labe, aber... Ich bin rasch und denke. Okay, in deine Trufunk, ob du siehst. Ja, hast du eigentlich fast. Ich bin nicht kleiner mit. So, ich habe jetzt einen Satz Fackeln von deiner Spiele Klaus. Wie solltest du die Sachen drin lassen, außer die Fackeln? Weil ich weiß ganz... Was du gesagt hast, ich sollte die Fackeln holen. Ja, ich habe ja gesagt, außer die Fackeln. Ich habe ja gesagt, dass es auch immer wie ein Salz ist. Und so. Also, also, eigentlich. Ich sag mal, ich habe ja gesagt, das ist so viel zu ihm in so'n. 1 und sich mit den Schaufel machen er hat noch eine ganze er hat mich vor sich in den Neuen die Sprengenzen und auch schon abzuschütteln z.B. Prozent so und so kann ich auch schon mal Pflanzen was ich jetzt schon mal und zwar nur zwei bis jetzt nicht mal nicht wiederkommen sie sind zufrieden bei erlaubt abkriegen sie sind er hat nachdem er hat noch ein so ein er hat uns an der Anrufe ganz vorhanden immer eine Fakulbete die Schöne die Saisen siehst du da ich bin erlaubt hat ich muss schlug z.B. der Träger der Treppenmann machen die Erkrankung die Erkrankung durchschnittlich und da und dort immer einfach einreichbar weil das macht es ein kurzer da war er jetzt erst Prozent der Klinik klappt zwar nicht immer auf was ich wollte schneller sie hat gesagt an der Klappe ich habe gestern ja auch richtig viel mehr gefahren sich in der Nacht das ist doch gesetzt zwischendurch verschirrend der Einrichtung k k k FDR so zu kommen er kann man mit meinen Tendenz an Koko ich brauche aber immer nicht viel noch die Bosnien hat er hat er hat auch bestimmte noch zwei drei hundert Stück weil ich dich nicht mehr zu nicht machen k die hinter mir bei euch erbauten k Prozent Prozent Wettergarten und das ist nachher so ein bisschen aufstehen aber hier unten ein weiterer und kann nicht nur stehen er hat das Schalte mit der Art Anrufe ja und ich bin mit die Stürze ich nicht hier und heute in Köln er aber er hat noch das war ja es muss mich ja nicht schon das weiß 6 warum auch noch in die Kunde nach er war das an der er ich weiß nicht noch alles abrufen k k k k k k k k k Prozent das Haus das kann aber eben her vorher und sie müssen uns schießt und das war es nicht so alles ist was ich habe doch schon gesehen gehabt es ist der ich war auch schon hier oben echt oben ja das hab ich halt geholfen na gut genau, gib mal schon mal Steine weg ja, was ich auch gerade sage dann kann ich gleich im Haus weiterbauen 1, 2, 2 du sommerst die gerade wieder selber ein was? was? weil ich würde sagen, mach nur hier die Mine hin das ist das hier die Mine dann ja, aber nicht hier bauen warte nicht hier bauen, dann die Mine was, was ich jetzt mache? keine Mine bauen nö das brauchst nicht was mach du? ich geh mal eben nach oben und baue ich mal einen Weg damit wir hier runterspringen können so also du meinst Treppe ist doch ein Weg finde ich jetzt ist ein Weg ne, nimm mich auch andere Treppen nimm mich nicht die Stücke nimm mich nicht die Stücke nimm mich nicht die Stücke nimm mich richtige Treppen die brauche ich dann mal schnell nimm mich immer nimm mich nicht die Stücke ne, nimm mich nicht die Stücke nimm mich nicht das ne, nimm mich nicht die Stücke auch oder er hat immer angestellt oder in dem anwesend aufgrund gebraucht wird noch nie gesteckt was die Prozent Köln wo ich in der Welt die Saison hier ich wollte mich in der Haustür müssen so kommen und erbaut mir aus die St die Schuhe 1 kurz verleicht reisen gibst du mir bitte nachher, weil ich brauche die Level unbedingt. Okay. Deswegen kriegst du einen. Weil ich wollte nicht meinen Sperr so gut zaubern, das kannst du dir auch vorstellen. Äh, oh, das ist Reisen meinst du? Ob mal noch mehr Bücher, ob mal Bücher Regale und so. Ich hab doch schon richtig viel Leder. So, das schwingt das wir alles genommen. Ich hab doch einmal kurz auf Screams 4 getötet. Oh, so. Getötet? Nein, getötet. So, dann getötet. Kurze Sache. Bis auf einmal kurz in der Folge Game & Game hab ich bisher noch nicht. was hier geschieht ist. Ich muss nix an Equipment. So, und guck mal, gleich ist der wichtig für dich. Fuck. Alter, hier sind noch mehr Silberfisch, ne? Oh, die sind scheiße. Das war zuvor ein Monster aus. Ich glaub nicht, ich guck nicht, ich guck nicht beseitze. Nee, nicht deswegen. Aber ich beseitige die immer schnell. Ich hab da vorher keine Angst. Kurze Sache. Wenn man Diamanten, also wenn man Diamantenvon haben mache ich mir erstmal die er stellt sich nicht will nicht um nur noch einer auch wochen noch zwei Diamanten und schon jemanden Schmerz als sie haben zwar einen Armbau und er hat um durch das nicht zuerst geschehen erinnern wobei ich auch die Wurde auf jeden Fall auch erst mal unbedingt zweit dann haben wir schon für uns zu schützen so auch 2 8 noch mal hier den Wicht und ich und jetzt sind die Stiftung ist ich ab und mehrfach alles kannst du schon von uns ist und ich habe auch noch eine Höhle wo drin war mach ich jetzt auch mal das war das kann ich auch auf jeden Fall noch ganz viel gebrauchen ok dann hat er nicht und immer mehr Katsch schon fast leichter nix sehen könnt da kann ich dann noch nichts für welche Trittsport bei ich ich 1 3 5 ja 3 ich habe einen schönen Tag ja so richtig geil ich habe ja noch das die müssen auch anzeigen weil ich könnte jetzt so ebenso an uns was machen halt direkt über den Tag durch den Mod aber was wir eigentlich machen, weil wir nicht tippen ich hab ja nur gesagt, dass ich es könnte ja, hab ich gesagt und der wollte es eigentlich mal mal nicht voll 3 nicht so stehen zu setzen und Kuhn 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 Euro Kuhn und so ich mache jetzt nicht weil es nämlich auch zu hat mich auch gemacht ich mache hier unten in die Höhle auch ein Kuhn die Städte rekt und kristin und noch mehr so was ist das stammt sich in der karte ist es ist richtig viele Silberfischsteine einer hat er schon gesagt macht schon weiter die Angelegenheit wie die Menschen da Person hat ich auch schon da in der Stadt was du ich ließe was und macht mich wohl nicht nicht direkt antworten Das kann natürlich auch sein, weil ich bin ja nicht... Die antworten immer an den Folgen. Nicht nur das, ich schreibe ja noch was unter den Kommentaren immer. Also in den... ja, ich schreibe einen Kommentar und ich antworte ihm dann ja über das Kommentar auch noch einmal. Also ich finde es schon geil, dass ihr mit auch schon befreut seid. Auch Dankmann hat sein, weil... naja gut, das ist ja nicht so gut, aber ich finde mich so noch geil von euch. Und vor allem, ich habe heute, also am Freitag, Videoplan, hat direkt schon irgendwie direkt nach dem Upload, zwei, drei Minuten nach dem Upload, richtig viele Videos gehabt. Das fand ich geil. Hab ich dir doch wohl schick ins Speech. So, ich hab mal eben hier zu... Hölle auch in dich jetzt so nötig, wort. Kann man hier nicht besser... Also hier jetzt kann man direkt schneller hochlaufen. Und Sparkoff-Fan hat mich auch kommentiert. Ah, da bist du, da bist du, da bist du, da kann ich auch keinem mein Zeug geben, ne? Du hast gesehen, ich hab... ach genau, ich hab grad eh Treppen dabei. Ich hatte vorher mal zwei Treppen zu machen. So. So, so mal als Information. So. So, so. Ja, genau das, was ist das denn? Oh, du brauchst du zu machen. Stimmt, ich wunder mich, wenn ich jetzt nur noch zwei Stück? Alles klar, wenn ich dir nicht gerne gebe, dass, dass ich dann nicht mehr... Nein, nicht jetzt eben jetzt hier. Nein, nicht mehr. Doch muss ich- Überhalten. Nur mal gerne noch Notfall. Ja, das wird in Notfall. Und ich hab' gesagt, wir nehmen immer noch zwei Anliegen. st bei er er hat bei der Miene nicht doch nicht besser einheitlicher und zählt man könnte jetzt hier so ein Weg lang machen so ist er an der anderen auch gleich ich möchte Prozent hier in der Klinik ist auch nicht geplant ich gehe mal nach Hause er hat er an die Städte Zeit Prozent als aus der Erde kannst du auch schon mal die müssen man es nicht so geht aus ich bin gleich voll warte jetzt das eben und sein guck und schon vor mir hast du noch was also fachler und zurück ich bin ja jetzt und hier haben auch ich nachher auch noch er ist einfach mal einfach bisschen zugebracht nicht ganz ja und schluss nachgeschalten vielleicht immer es ist in Ordnung ist die die Gute und sind nicht und ich bin nicht mehr wo es jetzt großen wird was genau ich wollte hier vielleicht sehr schützt Sport machen ja ich bin ich bin und abgleich ein anderes Leben das ist ein nächstes auf dem Konzert ins Bett an nach der gleichen Stiftung lassen würde ich aber erst erstaunlich in die Höhepunkt an der Maske Freude und neulich ach warte ich kann auf die Grafik ausstellen was er das Entschuldigung Prozent als die Schreiber Künftelstern noch nicht langweilig ich kann nicht soll aber jetzt kann er wir brauchen sich auf Regen ausgemacht ist jetzt noch da ist nicht auf dem Boden auf dem Boden der Mann und wenn der Regen aufschlägt aber jetzt nervt mich der Regen zu lassen er hat den Tag an ein wir sind ein kleines Schleifers ich weiß dass es in der neuen Mann auf dem Dach und Prozent ich wollte vielleicht sind noch ein bisschen weiter aber das Haus nachher dann ein bisschen ein ein wenig stattdessen was ich da in der Eisenbahn lassen lassen ich mach dir das gleiche ich mache er hat Stärker der Kanzler alles was nicht brauchst kann hier rein der Kanzler gut ich habe einen solchen Ersatzgut als erster an den Dach machen ich bin ja nicht fähig mit dem mit der Wand er hat man den Dach machen damit er hier im Dach über den Kopf haben ja ich bin aber ich will ja nachher noch das machen er hat die Kälte ist ein Scheißer immer an der Kälte so hat er Prozent er hat die Sorge die beiden Arten rein und und zu dem anderen Schildpunkt ist Prozent für die Mannschaft der Kälte er kann ich aber zwei beiden zwei Stück Kanzel und das ist es schon ein ja ich bin mal in der er hat einen Lohnkern ist ja geil hier und guck mal, die Bäume sind auch schon recht weit gewachsen, jetzt haben wir hier schon richtig grün an den Seiten warte, und ich hab noch mehr dabei, jetzt kann ich hier mich noch ein paar sitzen bist du gerade, sehe dich nicht ich bin gerade unseren Weg unterm Laufen achja, na gut, ich geh jetzt erstmal wieder runter so viel Spaß juhu, juhu ich hasse Regen, juhu, so schäme mich ich will wieder meine Miene und da was aufharschen so, paar Bäume hier anpflanzen geil der ist, wenn du bei der Treppe bist, kann sie schon runter spielen, macht Spaß und ich besetze hier mal ein paar Bäume, ich finde, die sieht sonst ganz so sexy aus hat sexy, so so dann machen wir hier noch drei hoch so, mal gucken, wie lange geht's voll um schon 25 Minuten ach, die Scheiße machen heute wieder 30 Minuten ich hab völlig die Zeit vergessen so naja, haben wir die Zuschauer sind ja zwei 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 drei zwei 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 zwar vielleicht nicht alle so lange wollen aber über eine Schreibung hinter diese Produkte sind wir auch nicht die man sich nicht ein Eintracht und ich weiß richtig viele Wege ein wirklich schön aussehen ich mag es immer lange folgen ich zum Beispiel auch so 30 Minuten folgen okay finde ich auch geil nur die sollten jetzt zum Beispiel noch zwei Stunden lang sein zwei Stunden lang finde ich auch schon so wie er und wird betrieben genau hier die Beine als Schöner gut da kann man über 10 Minuten da kann sie treibt drei Prozent und schulden noch der Leis Achtung zu lassen die Leisung kommt nicht auf die Ausstattung ich bin weil was wir dürfen nicht zu viel auf die Schüsse machen wenn wir alle folgenden gut gelandet haben was uns auf der Karte schließlich zum Beispiel jetzt in streamen müssen dann halt nach dieser Folge wenn sie veröffentlicht das ist das kommt es ja auch wieder Kacke wenn man dann schon gespoilert wird das was gemacht hat außer für Farmen und sowas okay da darf man dann auch das wohl machen k k k k k hier und ich bin ein paar Jahre lang die Folge noch jetzt so also ich finde ich denn schon recht schön aus hat die Schöne der Mannschaft nicht und am Morgen eine Frage sie sind jetzt das Ziel sind sie welches zu schlecht auch eine Einwanderung das haben so sind ja wie was jetzt geht es um zu tun oder ich glaube ja aber irgendwas was jetzt sie haben wir uns sagen es ist nicht zu tun weil an der Scheiß nicht hat nein noch nicht machen das nicht nach zu folgen dann sind schon schon da gibt es so und ich habe gedacht du darfst es nachher schreiben ich bin noch so auf der Aumann auf Aumann auf das ist ein bisschen schmerz wir sind er hat sich davon vergessen zu schützen das haben wir in der Folge gemacht äh du hast das gemacht stimmt in der Fall gab ich eigentlich nur Befahrt dort steigen anstatt mit der Wunderkammer hier die 1 Windschutz dieses Fall also wir haben die Dachmann ist es und was ist es so geht es nicht noch genau das Prozent für es ist so dass ich sage sie muss selbst uns schafft er und zwar viel zu spät